Hi und herzlich willkommen zu meinem neuesten Video hier auf YouTube. Mein Name ist Matthias Eser und ich bin Unternehmensberater und Experte für Unternehmensfinanzierungen und M&A-Transaktionen, also Merges und Acquisitions. Heute möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, das gemäß der aktuellen Wirtschaftslage sicherlich von sehr hoher Relevanz ist oder nachweislich von sehr hoher Relevanz ist, nämlich das Thema Sale and Lease Back. Das heißt, der Verkauf von Assets und das anschließende zurückmieten oder zurückleasen, um die eigene Liquidität des Unternehmens, das eben diese Sale and Lease Back vollzieht, zu optimieren. Dazu habe ich eine entsprechende Skizze auf meinem iPad manuell erstellt und wir werden jetzt nach diesem kurzen Intro dann auch den Switch zum iPad bzw. zur Screenaufzeichnung des iPads vollziehen, damit wir dort anhand der Skizze ein sehr praktisches Beispiel vollziehen können. Für alle relevanten Fragen bitte gerne bei Instagram, bei LinkedIn oder per E-Mail kontaktieren und für die allgemeine Kontaktaufnahme bezüglich einer Zusammenarbeit gerne auf die Homepage www.esa.capital gehen und dort einfach auf der Landingpage einen entsprechenden Telefontermin vereinbaren. Dann können wir unverbindlich über dein oder euer Anliegen sprechen. In diesem Sinne, wir wollen keine Zeit verlieren und machen jetzt direkt den Switch zum iPad. Mein iPad liegt vor mir und ich starte jetzt auch hier direkt die Bildschirmaufzeichnung, damit wir unmittelbar das Gleiche sehen. Du siehst hier eine relativ komplexe, nicht allzu komplexe Darstellung einer Finanzierungsstruktur und ich werde natürlich die gesamte Finanzierungsstruktur entsprechend erläutern. Wir haben hier im Endeffekt und das ist auch der zentrale Player am Anfang, ich kreise es jetzt hier mal bewusst lila ein, so dieses Unternehmen. Ich mache das Ganze wieder rückgängig, nur damit wir wissen, wovon wir sprechen. Das ist das Unternehmen, das aktuell in der Situation ist, dass es Assets, zum Beispiel Fahrzeuge oder Immobilien oder ähnliches im Eigentum, also in der Bilanz, im Anlagevermögen stehen hat und gleichzeitig ein Problem im Umlaufvermögen hat, nämlich ganz konkret ein Problem in der Liquidität, also in liquiden Mitteln in klassischem Cash. Und damit das Unternehmen zu Cash kommt, ohne ein unbesichertes Darlehen nehmen zu müssen, gibt es eine relativ elegante Möglichkeit, das Ganze zu vollziehen, nämlich den sogenannten Sale and Lease Back. Zu deutsch heißt das Ganze nichts anderes wie der Verkauf und das Zurückmieten oder das Zurückleasen dessen, was eigentlich verkauft wurde. Damit wir hier die richtige Struktur aufgreifen, müssen wir eben am richtigen Ansatz ansetzen, nämlich bei dem Unternehmen, das diesen Sale and Lease Back vollziehen möchte und dann gibt es jetzt hier noch einige wesentliche Akteure, das sind die blauen. Es gibt also das Verkaufen der Unternehmen, es gibt den Asset Manager und danach noch die Zweckgesellschaft. Das Unternehmen hat den entsprechenden Liquiditätsbedarf und möchte zum Beispiel eine Immobilie im Wert von einer Million Euro verkaufen, um es anschließend zurückzumieten. Dann gibt es hier rechts in der Mitte, hier, ich zeichne ihn wieder ein, den Asset Manager. Der Asset Manager hat nur eine Aufgabe, nämlich, dass er letztlich den Kauf vollzieht. Deswegen gibt es auch hier diesen Kaufvertrag, den ich jetzt kurz markiert habe und der kauft dem Unternehmen diese Immobilie ab. Damit der Asset Manager das tun kann, dieser Asset Manager oder diese Asset Manager sind üblicherweise in Luxemburg angesiedelt. Das hat verschiedene steuerrechtliche Gründe, aber darauf möchte man näher eingehen, nur damit wir eben wissen, was so der übliche Fall ist. Dieser Asset Manager braucht natürlich auch Geld. Dieses Geld muss er letztlich dafür wieder verwenden, um dann dem Unternehmen den Kaufpreis auch bezahlen zu können. Der Kaufpreis setzt sich dann letztlich zusammen, beziehungsweise die Mittelbeschaffung, um den Kaufpreis zu finanzieren, aus den Eigenkapitalinvestoren, die haben wir hier oben und dann rechterhand noch die finanzierenden Banken. Du kennst dieses Beispiel vielleicht, wenn du schon mal eine Wohnung oder eine Immobilie gekauft hast, dann hast du immer Eigenkapital und Fremdkapital. So macht es auch der Asset Manager. Der bringt Eigenkapital auf. Das kann auch Eigenkapital ähnliches Fremdkapital, also Mesanin sein und dann natürlich klassisches Fremdkapital, zum Beispiel durch finanzierende Banken. Die typische Ratio ist hier immer 30% Eigenkapital, also 30% Equity, wie man hier sieht und eben die 70% Dead, also Schulden bzw. Fremdkapital. Die Summe aus 70 und 30% ergibt 100% und der Asset Manager fungiert hier in zwei Richtungen. Gegenüber dem Unternehmen in erster Instanz fungiert er nämlich als Käufer, denn er kauft das Asset, also jetzt konkret die Immobilie im Wert von einer Million Euro vom Unternehmen ab und dieses Unternehmen agiert in diesem Kontext als Verkäufer bzw. als Verkäuferin. Und es geht dann weiter, dass der Asset Manager auch in nächster Instanz dann als Vermieter agiert und zwar in indirekter Form, da kommen wir aber noch näher drauf zu sprechen. Aber ganz simpel gesprochen verkauft das Unternehmen an den Asset Manager das Asset und mietet es von dem Asset Manager im Anschluss wieder zurück. Die Aufgabe des Asset Managers ist der Erwerb dieses Assets und die anschließende Vermietung an das Unternehmen, von dem man es ursprünglich gekauft hat und darin liegt eben auch die Marge, nämlich in dem Zins bzw. in dem Agio, das eben in den regelmäßigen Zins- und Mietzahlungen letztlich in der Gesamt-Leasing-Rate dann zurückfließt. Und damit wir haftungstechnisch so aufgestellt sind, was aber nicht nur haftungstechnisch, sondern auch steuerrechtliche Gründe hat, um es im Nachgang möglichst einfach zu gestalten, ist der Regelfall so, dass dieser Asset Manager eine Zweckgesellschaft gründet. Das heißt, dieser Asset Manager erwirbt nicht direkt das Asset, also die Immobilie, sondern der gründet eine Zweckgesellschaft, das ist zum Beispiel die Zweckgesellschaft GmbH, jetzt ganz simplifiziert gesprochen und diese Zweckgesellschaft erhält letztlich das Asset, was wiederum den Grund hat, dass einerseits eine Differenzierung zwischen dem Haupt, also dem Asset Manager als rechtliche Einheit stattfindet, aber im Nachgang, wenn das Asset verkauft werden soll, nicht ein Asset Deal stattfinden soll oder muss, sondern direkt ein Share Deal, damit diese Zweckgesellschaft zum Beispiel an den im Anschluss auftretenden Käufer verkauft werden kann, wobei der Share Deal natürlich einige Vorteile, möglicherweise auch Nachteile hat, aber in der Praxis hat sich der Share Deal einfach als das Mittel der Wahl herausgestellt, um eben damit zu arbeiten. So, dann haben wir jetzt diese Dreierkonstellation, das Unternehmen verkauft es an den Asset Manager, der Asset Manager transferiert es in die Zweckgesellschaft und die Zweckgesellschaft vermietet es letztlich wieder an das Unternehmen. Insofern sind natürlich hier Asset Manager und Zweckgesellschaft miteinander verbandelt, das ist quasi hier als eine Einheit zu betrachten und die agieren gegenüber dem Unternehmen dann letztlich als Käufer bzw. als Leasinggeber, als Vermieter, gibt es jetzt verschiedene Terminologien, die man verwenden kann. Und diese Zweckgesellschaft fungiert gegenüber dem Asset Manager natürlich als Hauptmieter und gegenüber dem Unternehmen als Leasinggeber. Und am Ende ist die Situation relativ simpel, wir haben hier die Accounts, also die Bankkonten und hier gibt es das sogenannte Security Deposit, also das ist die klassische Kautionszahlung, die kennt man auch, wenn man zum Beispiel eine Wohnung mietet, also klassischerweise bezahlt man eine Kaution in Höhe von zwei bis drei Monatsmieten. Und am Ende natürlich noch die Rental Collection, das sind quasi diese regelmäßigen Leasingraten, die fließen. Und diese Leasingraten fließen direkt vom Unternehmen auf dieses Rental Collection Konto, also Rental Collection Account oder einfach ganz normale das Konto für die entsprechenden Raten, die zurückfließen. Jetzt ist es aber so, dass die finanzierenden Banken, nämlich die Fremdkapitalgeber, einen direkten Haftungsrückgriff auf dieses Rental Konto haben, denn die fremdfinanzierenden Banken sind natürlich immer diejenigen, die als erstes ihr Geld zurückhaben wollen und in nächster Instanz wollen natürlich die Eigenkapitalinvestoren ihr Geld zurückhaben. Und wichtig ist, dass natürlich von dieser entsprechenden Rental Collection, also von dieser Miet- oder Leasingzahlung nicht 100 Prozent an die fremdfinanzierende Bank gehen, sondern wir machen das jetzt ganz simpel. Zum Beispiel 80 Prozent des Geldes, das monatlich fließt, geht an die finanzierenden Banken und 20 Prozent gehen an die Eigenkapitalinvestoren, denn diese wollen ja auch entsprechend bedient werden und einen Kapitalrückfluss erwirtschaften bzw. bekommen. Und dann gibt es letztlich noch eine große Frage, die sich immer stellt. Das ist die Verbindung zwischen Eigenkapital und Fremdkapitalinvestoren. Hier gibt es regelmäßig, ich mache hier einen kleinen Pfeil oder Blitz, einen Clinch, denn es stellt sich immer die Frage, was passiert, wenn dieses Unternehmen hier nicht mehr imstande ist, die Leasingrate bzw. die Miete zu bezahlen, haften dann die Eigenkapitalinvestoren für den Ausfall dieser Zahlungen. Da gibt es sogenannte Vollhaftungen, Teilhaftungen oder Haftungsausschlüsse. Das reizt immer wieder ganz intensive Diskussionen zwischen der Fraktion der Eigenkapitalinvestoren und natürlich der finanzierenden Banken. Am Ende ist es einfach eine Verhandlungsfrage. Da gibt es kein Pauschalrezept. Es gibt eben verschiedene Konstellationen und verschiedene Vorzeichen, die berücksichtigt werden müssen, damit Fall A, B oder C, also Vollhaftung, Teilhaftung oder Haftungsausschluss eintreten. Im Verhältnis der Investoren, also Eigenkapitalinvestoren gegenüber den fremdfinanzierenden Banken, sollte dieses Unternehmen eben nicht mehr imstande sein, die Leasingrate hier zu bezahlen. Denn die fremdfinanzierenden Banken tragen natürlich das volle Risiko. Die finanzieren ja die Sache als externer Kapitalgeber und sind damit einfach nur Gläubiger, die dem Asset Manager, also dem Schuldner gegenüber das Kapital zur Verfügung stellen, um die gesamte Transaktion möglich zu machen. Und wenn wir es jetzt ganz einfach machen, dann haben wir hier das Unternehmen. Um es einfach nochmal kurz zu subsumieren. Unternehmen braucht Geld beziehungsweise Liquidität. Liquidität. Dann Asset Manager hat Geld. So. Der gibt dem Unternehmen das Geld beziehungsweise der Asset Manager gibt dem Unternehmen das Geld. Und der Asset Manager besorgt sich das Geld eben bei seinen Fraktionen, nämlich E, K und F, K. Und so setzt sich das Ganze zusammen, dass er hier eine Einheit bildet und das Ganze letztlich an das Unternehmen zurückgeben kann. Der große Vorteil davon ist eben, dass es Assets gibt in der Bilanz, übrigerweise dann im Anlagevermögen, die nicht sofort liquide Mittel zur Verfügung stellen. Also eine Immobilie zum Beispiel. Das typische Bürogebäude eines Unternehmens kann ja nicht sofort liquidiert werden. Also wir können es ja nicht einfach zur Bank bringen und sofort unser Geld dafür bekommen. Es ist so, dass das Konzept von Sale and Lease Back letztlich das Ziel verfolgt, eine Liquiditätsbeschaffung zu provozieren, ohne die in erster Instanz wahrgenommenen Rahmenbedingungen zu verändern. Denn das Unternehmen bleibt immer noch in den selben Bürogebäuden drin. Es ist aber nicht mehr Eigentümerin dieses Bürogebäudes, sondern es ist dann letztlich der Asset Manager und man mietet. Dasselbe kann man auch mit Schiffen, mit Flugzeugen, mit Fuhrparks, mit all den Dingen tun, die letztlich im Anlagevermögen sind und dann in der Regel relativ viel Kapital binden. Es machen auch Supermärkte, also ich habe kürzlich eine Transaktion mit begleiten dürfen, wo eine große Supermarktkette, die europaweit aktiv ist, ihre Supermärkte zu teilen verkaufen musste. Also die waren auch Eigentümer der entsprechenden Ladenlokale. Diese mussten dann verkauft werden an einen Asset Manager und der Asset Manager hat es dann wieder zurückvermietet in der entsprechenden Konstellation an diese Supermarktkette, an diese große Unternehmensgruppe, muss man schon ehrlich sagen. Denn die Unternehmensgruppe hatte einfach Schwierigkeiten, die Liquidität innerhalb der gesamten Gruppe so abzubilden, wie es die Rahmenbedingungen oder die Umstände eigentlich verlangt hätten. Am Ende ist die Frage, die gestellt werden muss, ob ein Sale und Leaseback Sinn macht, immer die Liquiditätsfrage. Wenn ich Assets habe, die ich nicht unbedingt im Eigentum brauche, sondern eigentlich nur benutzen möchte, so zum Beispiel dann die Flugzeuge oder das Schiff oder das Bürogebäude, dann ist ein Sale und Leaseback natürlich etwas Schönes. Es ist aber natürlich nicht das Wunschszenario eines Unternehmens. Das ist schon eine mehr oder weniger Notlösung, um kurzfristige Liquiditätsengpässe oder prinzipielle Liquiditätsengpässe zu kompensieren. Sollte das aus dem operativen Cashflow nicht möglich sein, also sollten die operativen Geschäfte nicht genug Liquidität erwirtschaften können, um dem Unternehmen das an Liquidität zur Verfügung zu stellen, was wirklich notwendig ist, wird eben auf diese Möglichkeit zurückgegriffen. Sollten hier weitere Fragen bestehen oder du bzw. ihr über die Möglichkeit eines Sale und Leasebacks bei euch im Unternehmen nachdenken, ihr könnt mich wie gesagt sehr, sehr gerne kontaktieren. Ich bin da für ein Erstgespräch immer offen, freue mich auch auf den unternehmerischen Austausch mit dir bzw. mit euch und bedanke mich an der Stelle jetzt für die Aufmerksamkeit. Hoffe, dass das Video für dich von Interesse war. Sollte dem so sein, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben für das Video freuen und ein entsprechendes Abonnement für den Kanal. Ich publiziere hier regelmäßig relevante Inhalte zum Thema M&A und Unternehmensfinanzierung bzw. Unternehmenstransaktionen und würde mich freuen, wenn ich dich hier als Zuschauer und natürlich vielleicht auch als aktives Mitglied der Community mit einem entsprechend wertvollen Kommentar unten im Kommentarfeld begrüßen dürfte. In diesem Sinne ganz herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Dein Matthias. Ciao.